dass du das nicht schön findest ach du filmst schon aber es wurde angezeigt dass es nicht geht ha Mikro ist überbewertet äh 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 Test 1 2 3 oh Filter? Filter? äh 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 du solltest es weg ich glaube es funktioniert jetzt ja muss man ich will ich muss mit meinem Handy ihr müsst über mein Handy jetzt mal gucken ich bin mal kurz los ja das kann es nicht sein oder ich bin auf einen so einfachen Troll reingefallen ich hab mein Handy verloren weil welches war's äh samsung ist ihm äh 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 ä äh 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 das ist willst du ein bisschen Zigaretten von mir haben? neuer Abonnent xd marco lp ehre Abonnent warte kam das grad im stream so eingeblendet nein das hab ich immer auf mein Handy bekommen xd ah ja versuchen ich hab die Idee ja die Idee Clickbait Titel Minecraft mit Lenkrad das hat bisher niemand gemacht ja doch hat schon einer gemacht echt? ja kann ich wieder neu oh mein Gott dann mach einfach 2.0 fällt nicht auf ich muss dies wieder äh hier ich muss mein Lenk was zum weg mein ping mein Gott hast Lust? krass es gleich aus sekundär so ich hab einfach swag guckst du mein stream überhaupt ja ich bin doch voll cool ne ja ja die doch im namen kennen wir das zu YouTube you got it und dann hast du den weil ich hab damals was seit wann hast du den den Kanal tippkanal das ist ja Ende schütt da haben wir ja ja damals mit Sponch rp oder so das ist ja auch manchmal geplant ja ja das das ist bestimmt auch schon so so eine halbe Jahre her ja und dann und ich hab das heute auch schon halbjahr nicht mehr geredet also das ist ja sexy das2 ist nicht motion ein Quand ein ein Ja, 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 ja. Das ist ein trampolin. Ja. Das ist das Falsche. Also kann man dasitaken drücken. mit dem Landstuhl mit dem Landstuhl der Schiff die Musik die Bewerbungen nicht mehr hat sie was einfach als sie Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich weiß ja einsame spitze ja hauptsache dass das äh ich glaube der weiße hat er hat mein kopf guck mal ich bin nur am verkacken ein Internet ist das beste auf der Welt Wilhelm Bochbaum um auch gelassen sind mit dem Laden ja Prozent wie ich den Grunde aus Fritzbox wenn ich es was kackt ab was für Fritzbox Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt werde ich von Minecraft gemobbt ja was zum Teufel ja ich mache richtig viel besser ich bin mir ein Geld an 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 ich kann nicht hören wir uns das auto was dann warte ich bis nach der runde ja das spiel ist immer noch nicht allgemeine losstärke 04 und ist immer noch fucking laut du warst kann man kann man rede auch neuerdings drehen kann man was drehen egal die frage erster wo ist das kompletter sprung ja ja hast du irgendwie gas muss oder so ich hab jetzt den sprung geschafft ja letztlich sprung okay das war andere lobby gehen ein reiht wohl nicht hier was habe ich jetzt noch mal ausgewählt was für was wir vorsichtiger ja habe ich kann hier auch fahren ich habe jetzt alle zwei ich bin ja immer noch pastor marlon ich bin ja ich bin ein mann wie viel kostet dieses spiel also warte mal guck mal auf steam also zu kursa ich habe ja dieses einer mit diesem ich habe die ganzen all die es dazu bekommen also hier habe ich diese komplette edition gekauft oder so oder deluxe oder so dann heißt das ich sehe schon mal ganz schnell rein habe ich es ein Stück wie die Strecke geändert ja doch habe ich gerne ne Brokerin ich rieche nach schweiß ja ja nein das nicht wird nicht dass das andere nur nur und ohne Kompetenzion ich schon mal und die medizinischen das habe ich gekauft ich weiß was er hier ist die Idee das ist zum teufel von dieser leck das ist nicht nur Formel 1 oder? ne da gibt ich habe mir das untergeladen also die Formel 1 waren da gibt es einfach nur so vier oder so aber die sind alle von Ferrari da musst du die Skins runterladen ich bin mir das ich kriege nicht einfach gerade einer ich stehe schon wieder das war ich auch nie wenn ich bin dann ich bin jetzt die die wir sind Vielen Dank. Ja, ich bin auch gerade aufgefallen. 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 Ja, guck mal auf der Karte, was haben die gemacht? Red ich mit dir? Warte, warte, warte. Musst du mir was zeigen? Irgendwas haben die in der Haarnadel gemacht. Was? Auf der Karte war da doch was. Ja. Sieht so aus. Oh, uff. Schon wieder. Der ist auch irgendwie so groß. Das ist zum Teufel. 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 Ich bin auch gerade aufgefahren. Das ist zum Teufel. Das ist zum Teufel. Was ist das? Ja, jetzt ist der wieder weiß. Ja, es ist klar, ist klar, ist klar. Erklär mir das mal bitte. Du bist gegen die Wand gefahren und dann wird er wieder weiß. Weiß ich nicht. Hä? Warte mal. Was ist so ein Teufel? Ja. Was ist so ein Teufel? Ja, äh, was? Das war mit Lenkrad. Was? Was mit Lenkrad, oder? Ja. Ja. Ich weiß nicht, das ist in eine Tastatur. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das war wie ich finde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich nicht möge, ich bahne. Genau. Ich weiß nicht. das kommt man wieder auf der Anleitse wieder offen ist ich bin eigentlich ziemlich schlecht im Fahren so nee das ist falsch hier wieder sieben das immer so Formel Evert dr mit Tastatur XD und ich war immer letzter in die Luft geflogen bin mit dem bist du immer zusammen hier juli genau vor die 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 Beine haben uns immer gegenseitig angeschrien obwohl es immer der andere war er hat jeder auch mit Works oder hat jeder nur so mit das Ding mal vorbei die haben unsere eigenen Aufschlüsse ne ich meine so Voice Chat oder so Chat äh TeamSpeak ich glaube da war ich gar nicht dabei glaub ich ehrlich nicht weil ich hatte zu der Zeit doch kein TiefSpeak hab ich jetzt wieder glaube ich auch wieder deinstalliert aber ich bin lustig ich bin lustig ich hab halt kein TiefSpeak ich hab halt Discord ich hab bei mir nicht so krass wie funktioniert wo mich hier funktioniert aber bei den anderen Server nicht ich bin ich bin die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin schwach ich bin wir sollten irgendwie eine andere Strecke machen als Monza Monza wird nach 500.000 Rennen nochmal langweilig, ok? Ok, sollen sie eine machen, wo du... Sag mal, nur Bekrieg oder so machen. Ja, es gibt ja eine nur Bekrieg zu haben, aber da ist halt immer so, du berührst einen, du wirst direkt gebannt. Also nicht gebannt, aber gekickt. Ich weiß nicht, wie das ist. Aber ich bin bei einem anderen selber auch. Was wirst du da gekickt? Ja, da wirst man direkt gekickt, wenn man, äh, berührt. Ich weiß nicht. Auch wenn andere Leute, äh, die selbst berühren. Du wirst auch gekickt. Ja. Scheiße. Das war eben nicht gut. Es war keine gute Idee den Spiel vorbeizulassen. das ist ein bisschen alt bei der Welt ist die Heide das habe ich gesagt dort muss zum Teufel ist er noch da das war ich aber nicht schuld das habe ich im Rückspiegel gesehen das Problem ist, ich kann jetzt nicht mal langsamer machen, weil ja, okay, das ist ein Ehrenmann, der macht trotzdem noch Platz ja, und ich verbranze mich, das ist geil bis Gott ande, oder? ja jetzt kann ich den bis zum Zeitpunkt wegzufahren überholt ja, kann sein ich hab' ich hab' kein ich hab' kein Sprit mehr für eine andere Runde und ich hoffe mal ich hab' ich hab' ich versuch' mal nicht so zu pushen ein bisschen wegzufahren lassen weißt du was? ähm, ich versuch' mal auf der geraden Windschaft von dem zu bekommen oder so, keine Ahnung ne, egal ja, so hab' ich überholen bestimmt das 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 von ja eine Woche die Schuhe ja dann hast du dann was dann nachbinden es gibt und die könnte man bei der Haus ich habe es nämlich so so low-brick äh alter also alter Formel 1 macht so 1969 glaube ich und etwa 1975 können wir machen ja nicht der Williams, dieser eine die ich dir gezeigt habe, die Sefaris ah, ja sie sind halt 200 irgendwas Bricks geht das einer abgeflogen? ich weiß, ich hab ja mal keinen, ich kann Sprit mehr nicht so aber 2013er, also wir können ja dann pro Woche halt ein Jahr vorspielen ja, wir können ja seit 2.10, dann nächstes Mal 2012, 2013 ich bin's gerade eben gefahren, ist 2 bin ich 2013 also ich würde ganz, also mit den ersten Fahrrädern halt anfangen ja ich versuch nochmal ein so von 1998 eigentlich von 1990 zu machen damit das nicht so äh, 1975 und dann 2011 ist bisschen komisch wir brauchen ja nicht so richtige Tief zu machen können einfach nur so von roth auf weiß oder so keine Ahnung äh, ja halt von einem halt einfach so einfach mal er hat die Sprit mehr Guck mal wie rotes ist Schüch ist ziemlich groß war unbedingt in die Box ich war nicht mehr so schnell Wer schreibt mir auf das App? Herr Beider ich habe immer angeschrieben, er hat aber nicht geantwortet immer NoBot App ja so so komisch die Box das ist ziemlich hoch mehr als als rot rot ja jetzt ist es aus das ist schlecht hatte sie nur uns so soft und ich bin nicht ich bin von Trak ja von dem Toros dort check if der is fire ah ja genau guckst du gerade Formel 1 ich habe den abonnenten ich habe den abonnenten ich habe mich ich weiß ja ich weiß nicht mal wo ich habe habe ich glaube ich irgendeinen gegeben ich glaube ich habe ein Sponja Setup weil das ist ja auch vor dem E-Wagen ich weiß nicht bis er seine Form aber eh nicht abgelaufen hat ich habe noch einen davon deine eigene Welt ja und schätze die Ersabung knapp guckst du meinst ihm doch ja wir sind meistens mit dem Kupfer ich bin ja Ja, aber davor, wo ich aus der Kurve gefahren bin. Aber sie spüren noch nicht, sie hat sie noch gefahren. Nee, da ist nur so eine Schikane und dann ist er auf einem... Ja. Hm. Das bin ich. Das bin ich. Verdauern sie in die Wände. Okay, das war scheiße. Die Kurve... Die Runde ist immer im Arsch. Was hast du mit dem in letzter Zeit geredet? Mit dem? Äh, ja. Wann da? Von ein paar Tagen oder von schon länger? Zwei Wochen natürlich. Ja. Der hängt jetzt mir mit so Monings ab und so. Glaub ich. Ja, mit Monings. Das Ding ist, es ist bei mir auch immer ganz schwer, dass man mit dem zocken kann. Ich glaub, schon Spidell hat er dann wieder merkt. Ja. Also für dich natürlich. Weil... Manchmal hab ich mit ihm gezockt, aber... nur Farb zu kränzieren und dann einfach nur irgendwie... Das letzte Mal, wo er mit mir irgendwie gesprochen hat, das war, wo ich die Porsche abgeladen habe. Und da hatte er kommentiert. Ja. Da war es gerade auf Winston noch nicht. Aber wie einen von diesen, die Typen dort, was du geschrieben hast, die, äh, einen von kleinen dort oben kommt. Die, äh, einen von diesen, einen Tupen dort, was du geschrieben hast. Wir haben diesen Witz, das kann man nicht hochladen. ich hab meine Zeit auch nicht verbessert ich hab auch noch ein bisschen Zeit eine Runde zu fahren nein 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 boh, das war wahr ich hab mir aber noch ein bisschen gesaved, ja vielleicht hab ich das noch eine Runde zu kriegen ok so aber nicht jetzt guck mal am Ende der Gerade was passiert ist ja, so nicht ich bin ein setup von einem anderen holen den Ferrari von 1997 wie 97 wir haben es auch schon ja, aber... wir haben aber viel zu viele Bricks so ja müsste ich den irgendwann mal remaken ich find die Gene eigentlich voll aber der Williams finde ich immer noch am besten aber der Williams finde ich immer noch am besten und der McLaren der wir haben wir haben wir haben denn was für den und ab ab dann ja 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 so ein so ein so einparken dass er nicht rausfahren kann richtig toll Spaß mit und richtig abtraumt aber hast du eine Ahnung ich hab dir schon erzählt mit dem Recht durchberechtigung bei Transport-Ferber wegen Speichern und so ich hab das Spiel ganz schön ich weiß wie das schieben das scheinen sich halt nicht so krass das ist echt eine gute Idee also jeden Tag oder halt jede Woche Regeneration Regeneration ja ich musste noch mehr also zwischen 70 und 2010 machen ja ja vielleicht ja vielleicht so ja jetzt habe ich kein jetzt habe ich keine keine Sprit mehr jetzt kommen wir ja weil ich wann Mittwoch haben wir doch zusammen dort gespielt oder ja auf das Jahr wo du mir so viel gezeigt hast ja es geht nicht es geht nicht da ist daneben so ein Knopf auf die Zünden 3 3 3 dreieinhalb um genau zu sein ich mache es mal ein bisschen mehr Sport rein weil ich will ja nicht die die Sponsoren wie sie eigentlich ausgesucht bei den Formel E-Verträger Wunder ich weiß nicht ich weiß nicht es ist guter Frau wir gucken zwei zu also es geht gar nicht und dann guckt mir zu den ich kennt ihn nicht äh hätten das irgendeiner aus meiner Klasse ich weiß schon wer das ist ich wollte Brrr was Egal Michael Polar steht hier und ich komme mit dem Monster daran ich heiße nicht das ich heiße nicht das oh oh das ist ein gutes Jahr sehr guter Start ich bin ja was machen wir auf jeden Fall jetzt ich kann abschießen ich habe jeden Fall noch keine Berührung ja doch schon ja ja was habe ich erwartet Monster Monza was zum Teufel was zum Teufel machte er er hat mich auf die Strecke er ich bin er mit der letzte das ist geil ich wollte ich hab noch 6 Prozent wie er glaubt ich kann Sprit oder so kann was er macht geht er sich also auch schon schön aus ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin hier muss man ein Wort in Brick Ricks aber das Problem ist die meisten Leute haben ihre Tastaturen nicht äh greifbereit wenn die am Spielen sind also können die nicht voten oh oh bruh bruh guck mal ihr chat fucking idiot fuck you okay Achtung Achtung ja das ist auch gelieft idiot idiot fuck you was man ja das es gibt wir können nicht was zum Teufel was was das der macht das ist auch gut ganz gut 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 wir haben immer mehr wenn man die meisten Sachen habe ich nicht mal sehr vergebaut ich bin 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 hat sie mich gefragt danach wo ich dem gesagt habe wir das unternehmen auch im workshop und dann hat er mich erst gefragt dann denkt er auch gesagt ja dann denkt er das wirklich der Ball der Ball ist jetzt dass ich auch schon ein paar erwischt alleribliste ich bin ich bin was zum Teufel war das ich krieg keinen Menschen mehr von dem ja wieso fährt er so komisch was erwartet er sich dabei wenn wenn das Rucker und danach ist ja er hat er hat ja ich hab so gesagt dass ich das runternehme und der danach so keiner upload ist und bei einem hab ich auch nein hab ich auch nein gesagt und der hat es trotzdem hochgeladen ja hab ich automatisch untergenommen wird es wirklich automatisch und was bedeutet das fünf Jahre oder so bei jedem bei dem die 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 den der die 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 haben war ab ich habe es mit einem so ein Teil zu können der Leopard 2 der Richtige hat sich dazugeschrieben ich habe gesagt er hat sie hochgeladen und so viele Leute also einfach hochgeladen ich jetzt darüber was du gesagt hast äh die von der baltischen Polizei ach ja genau das 3 2 ich möchte mal irgendwann so so hier so ähm war das nicht irgendwie so ein Audi oder so von der Bundespolizei das war doch irgendwie so ein Audi in grün weißt du von das Oxfam oder so muss man gleich gucken oder so ähm aber so viele haben den halt ab hat einen upload davon gemacht also einfach re-up-load ja ich schreibe ihn davon an jeder nimmt es runter einer davon hat ihn gefragt ja ja er hat ja gesagt er hat ja gesagt aber ich konnte das nicht wissen dass er mir nicht gesagt hat und weil nirgends gestand dort ich habe es hochgeladen weil er einverstanden war und dass er so ja 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 das ist zum Teil macht er die er Montagland wurden erkannt sich doch keiner drehen Jungs jetzt guck mal auf der auf ich kann da will ich da einige das ist nicht gesehen wo bin ich gerade bei dir bin ich gerade auf dem Gras der ist einer in Turn 1 der sich einfach dreht also der sich wieder in die richtige Seite dreht was tut du ich bin ich bin ich bin du ich bin du 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 aber dann war das Ding halt von der Workshop runtergenommen vom Spiel und dann nur die von dem Workshop angeschrieben und das gemacht hat und so, warum? ja, weil er das Video re-upload hat also gekippt hat ja, aber warum report ich das? es war vor dem upload abgesprochen und dann sag ich, du hast es mir nicht gesagt und dann hat die Kooperation so schnell geendet Hauptsache, ich bin halt nicht so hier, nicht so populär und ich krieg halt einfach so in der Woche krieg ich halt einfach so mindestens mal eine Vollstattabfrage nur weil ich so auch so Sachen mache Digga auf meinem Profil steht das dass mich keiner hinzufügen soll aber nein, keiner kann hören und sehen und Deutsch was? der hat eigentlich die 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 sie zum ja und hat die die dritte eine und auch schon nein Nein, 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 nein. Ja, ich krieg den Platz nicht mehr. Ende. Doch, warte mal. Ich muss doch die Runde zu Ende fahren, warte. Ich bin auf der Karte. Okay. Ich bin auf der Karte. Okay. Wie ist das nicht die Tat? Wo ist die Tat? Die Tat ist die Tat! Das ist die Tat! Ich habe woes Paus把fas, ich bin auf der Karte Blick stellen, das macht das ich einen Tag. Dein形 ist alles ab трettungsgeräusch. Wie machen die Gritungsgeräusche? Vielen Dank. 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 ... ... ... E... ... 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 ...... 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 ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... 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 ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ......... ...... ... ... ...... ... ... ... Alter, dieser scheiß Verbre... Ja, sieh, 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 sieh hat sich auch verbremst, weil der, weil er nunmehr nachfährt. Digga, ich will so dumm anzubremsen. Oh mein! Was? Ja, das, weil der, weil der, guck, weil ich, dann bremst der auch. Ja, was, was fahren die so weit außen? Sind die dumm? Die. Wie das Auto? Für dich täte die Rη nicht. Ich weiß nicht, wurde Wherever die einen zu verlieben im Einkaufenиц von drei. AS-Den thinner! Ich bin ein bisschen. nicht mit dem auch er ist wirklich nach Rauch irgendwie mehr Rauchteer oder so oder ich ich man schweißt dich nach Rauch man schweißt dich nach Rauch hab ich auch noch nie gehört und wenn du sagst auf Letzten dann sind's einfach Affenmedizin was machen die vor mir wir haben am Cholipfein keine Rennen jünger checken die das überhaupt? weiß ich nicht vielleicht machen wir auch mal diesen Formel 1 Wagen das ist ja nicht kein Formel 1 Wagen der ist so ne Unterklasse sowieso Formel 1,5 oder so ist das Formel 1,5 ja im Grunde sind die genau so schnell wie Formel 1 Wagen aber nur nicht so schnell die Kurven und die sehen ein bisschen besser aus nein wir sind schlecht aus aber wir haben kein Hello wir haben kein Hello wir haben kein Hello also sehen die auf jeden Fall 500 mal besser aus ich bin nicht 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 du mach sie was gemacht so was guck mal in Monza guck mal die erste Kurve die Anbremse was machen die denn der soll mal Bremse und nicht so ne Sch okay der vor mir der stirbt oder das halo ja wie kommt er jetzt vor mir raus wie kann das sein kann aber auch die 2013er sagen auch nicht sick aus sick ich bin nicht noch gefahren alter ist noch gestärkt habe kattik kattik und sie wurde so wie die ehren die war die wir wussten auch die werden und Kulli-Fan aber Kulli-Fan ist für Ferrari-Fans scheiße also für Vettel-Fans und Renner ist auch für Vettel-Fans scheiße warum? weil Vettel macht Unfall Vettel- Letzter wird ich nicht glücklich ja er gibt's Sinn Frau Grapp- Bremsr- oh mein Gott ja er juckt mich jetzt nicht dieses Schild na was scheiß dummer Hu guck mal was der macht Junge was ist das guck mal was er jetzt macht Junge vorhin war das nicht ist das nicht das ist nur im Vielen Dank. Ich glaube, mein Aufhänger ist kaputt oder so. Das Auto fährt nicht mehr gerade. Junge, was zum Teufel? Was macht der Junge? Der ist auf seiner scheiß Outlab. Ich fahr mal eine schnelle Runde. Was macht der Fährt mir fast ins Auto? Er hat sein Gehirn auf unserem Arsch oder so. Wie schnell ist das nicht, aber okay. 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 die die sollte für euch gerade Hörst du das gerade jetzt an? Nein. Ich sag's einfach so. Manchmal ist es englisch lustig. Obama. Ja. Ja. Ich fahr einfach nicht so weiter. Ich hab auch bald wieder keinen Foot mehr. Das ist sexy. Was? ist und hö na ja ich schreibe an Lacki mit Doppelkau LRS lässt grüßen ich bin ich bin jetzt nicht Prozent hier ich habe es einfach mit einem ist ein bis das überhaupt ein 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 zentimeter auf der Fahrbahn ein 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 ja guck mal guck mal jetzt es kommt der glaube ich was er macht jetzt guck mal den Wunder Rückspiel gucken er wollte ich hier so gecrasht wo du dort ein Standes jetzt muss irgendeiner kommen der Milch hinten reinfährt das habe ich schon gesehen das war übelst unnötig ich habe es ja selbst nicht gesehen weil ich habe das Thema Oberländer vorgehabt bestand ich das nicht mal das ist nicht mal auf der Strecke was auf einer Safe Position was guck mal was macht der was zum Teufel was macht der kann man das einer erklären was der macht das ist kreisi das ist richtig kreisi kreisi ja was Junge was was zum Teufel was hat er gerade gemacht hä 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 es ist die Gärten die Stimme du so was 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 Jesus Christ Gruppier aber nicht Jesus Christ was 10 1 okay warte mal oh ero 10 10 10 10 10 10 10 10 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.